Wie haben Sie das denn erlebt? Sie sind rumäne Österreicher und sind dann nach Deutschland gekommen. Wie haben Sie das erlebt, als Ihr großer Erfolg losging? Man ist sehr, sehr jung und da ging es richtig nach vorne. Von Ihnen ist da schon ein Satz überliefert auf die Frage, müssen Sie eigentlich noch arbeiten? Hätte ich schon mit 28 nicht mehr machen müssen. Das stimmt, ja. Erstens, bevor ich loslege, wir können uns duzen. Okay, mich ja sehr gerne. Ich glaube, da ist noch ein anderer Aspekt, wie du gesagt hast, auch über Götz, Jörg. Perfektionisten sind unangenehm, weil es verlangt mehr Arbeit. Und ich bin genau so einer. Also Nervensäge sozusagen? Ja, aber einfach für die gute Sache. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man hohe Ziele hat und hohe Ansprüche an sich selbst, erst dann kann man wirklich auch andere Leute motivieren und sie zu einer besseren Leistung hochheben. Aber natürlich, das verlangt zum Teil mehr Arbeit, dass man nicht guckt von neun bis fünf oder was auch immer, sondern es sind 24 Stunden am Tag da, wo man, wie gesagt, seine Ziele verfolgt. Und das ist eine Sache, die unangenehm ist für viele, die einfach mehr so ein bequemes Leben haben wollen. Und da wiederum bewegen wir uns in diese Richtung ein bisschen, ja, ein bisschen mehr wie Mittelmaß, das reicht ja auch. Aber es gibt Leute, die geben sich damit zufrieden und andere nicht. Und ich glaube, das ist auch mit ein wichtiger Faktor. Ich glaube, was Christian gerade gesagt hat, ich habe ein ganzes Kapitel mal recherchiert über deutsche Neid- und Missgunstkultur. Und die ist weltweit schon ziemlich einmalig. Aber das ist auch so ein Ding. Ich weiß noch, ein guter Freund von mir, mein französischer Verleger, der hat auch behauptet, nein, die Franzosen sind viel neidischer, also missgünstiger als die Deutschen, wenn man jetzt in Frankreich leben würde. Also ich glaube, da... Das ist ganz interessant, wenn man mal wirklich rumreist, machst du ja auch viel, in Israel zum Beispiel, hörst du das auch. Die Israelis sagen, wir sind auch neidisch. Das ist sowieso ein Schicksal. Wie du das damals in Rumänien erlebt hast, ich habe mich mit ihrer Biografie beschäftigt. Sie war, in welchem Alter warst du schon auf dem Weg zum Konzertpianisten? Ich habe angefangen mit dem Klavierspielen mit fünfeinhalb Jahren. Und dann bin ich schon ab der zweiten Klasse, also Kindergarten und der erste Klasse, bin ich in die deutsche Schule, deutschen Kindergarten in Bukarest gegangen. Und dann habe ich gewechselt zu einer Musikschule. Und vom Alter, acht Jahre oder was auch immer, also permanent war praktisch mein Hauptfach Musik. Und da war natürlich, es war ein erdhumanistisches Gymnasium und sowas, aber mit einem Schwerpunkt Musik. Und apropos die Schüler, ich war wirklich nur ein guter Schüler in Musik. Sonst habe ich wirklich nur versucht, das gerade das Nötigste zu machen, Physik, Chemie und so. Wie sah es da mit Neid aus? Also ich kann mich nicht großartig daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Und auch nachdem ich nach Deutschland gekommen bin und hatte natürlich auch Glück und natürlich auch mit viel Fleiß habe ich sehr viel erreicht. Also ich habe nie, oder zumindest im Gesicht oder so, dass man es spürt, also ich habe nie Neid bemerkt bei meinen Mitmenschen oder auch Leuten, die ich nicht so kannte. Wir schauen mal ganz kurz rein in das Werk eines wirklichen Musikgenies. Man kann das nicht oft genug sagen, Michael Cretu. Kaum jemand hat nämlich die Popmusik Made in Germany so nachhaltig geprägt wie er. Große Hits der 80er Jahre tragen seine Handschrift. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Maria Magdalena, gesungen von Michael Cretus, damaliger Freundin Sandra, wird in 21 Ländern Nummer 1, verkauft sich mehr als 5 Millionen Mal. Nach einem Studium der klassischen Musik und einer Ausbildung zum Konzertpianisten ist der gebürtige Rumäne Cretu heute einer der erfolgreichsten Musikproduzenten weltweit. Mitte der 80er Jahre steht er noch selbst auf der Bühne als Solokünstler und als Keyboarder der Band Moti Special. 1990 dann startet Cretu sein Weltmusikprojekt Enigma. Das Musik verschiedenster Kulturen, Epochen und Stilrichtungen vereint. Die erste Single wird in 13 Ländern Nummer 1. Ende letzten Jahres kommt das vorerst achte und letzte Enigma-Album heraus. Übermorgen feiert Michael Cretu seinen 60. Geburtstag. Als Aufhören denkt er nicht, sagt er und sagt stattdessen, ich strotze vor Energie. Alter ist für mich kein Thema. Michael, du merkst, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Ich bin wirklich Fan. Christian Lindner sagte gerade bei Hubert K., wenn der Mond die Sonne berührt, da war ich 5. Das ist sozusagen der Soundtrack zu seiner Kindheit und zu meiner Jugend. Und ja, ich war schon ein bisschen weiter. Wenn du ein Lied hörst, weißt du sofort, das wird ein Hit? Sagen wir es mal so, ich puzzle und arbeite so lange da dran, bis irgendwie der Moment entsteht, da kriegt man irgendwie Gänsehaut. Und dann weiß ich, okay, that's it. Und bis jetzt hat mich dieses Gefühl noch nie getäuscht. Stimmt die Geschichte mit deinem Sohn, der dir irgendwann mal was vorspielte und fragte, Papa, wie findest du das? Und deine Antwort soll gewesen sein, das wird ein Hit. Was war das? Ach ja, stimmt, stimmt. Da war er, ich weiß nicht, unter 10, glaube ich, 12 Jahre oder so was. Und ich hatte bis dahin Umbrella von Rihanna nie gehört. Und der hat mir das vorgespielt und ich glaube, ich habe gleich danach 40 Mal hintereinander den Titel angehört. 40 Mal? Ich war total begeistert, ja. Es gibt so Sachen, die, oder zum Beispiel monatelang, bevor jetzt Human, Regenballman Hit wurde, ich habe es irgendwie aus dummen Zufall irgendwo beim Autofahren gehört, gesagt, das muss was werden. Das fällt so auf und da kommen wir wiederum zu der Sache, ich bin ein großer Beförderer von Individualität. Und man soll sich unterscheiden, eben aus diesem Trott, diese gesichtslose Masse der Mediabilität. Und ich freue mich über jeden, der irgendwie anders ist und der zum Erfolg kommt. Das finde ich eine großartige Sache und das bringt uns alle, glaube ich, weiter voran. Wie bist du, Michael, damals, ich würde gerne einmal ganz kurz in deine Biografie reingehen. Wie bist du damals, wie bist du damals nach Deutschland gekommen? Deine Eltern sind vor dir aus Bukarest weg. Das heißt, du warst Mutterseelen allein in Bukarest? Ja, also meine Mutter ist hundertprozentiger Österreicher, eineinhalb in Bukarest geboren. Und mein Vater war wahrscheinlich der Rumäne und die sind dann 74, ich will es jetzt nicht groß, weil die Story ist ein bisschen länger. Also irgendwie hatten sie das Glück, irgendwie beide kriegten Pässe zum Ausreisen. Und wie man so weiß, die durften ausreisen, weil sie lassen das Kind da und so weiter und so fort. Das war sozusagen das Faustrufhandlass, man in der Hand hatte. Und ich wusste, der ein großer Traum ist, in die Freiheit zu gehen und ich habe sie Unterstützung befürwortet. Ich war, glaube ich, 16, eineinhalb Jahre oder so, habe gesagt, macht euch keine Sorgen, ich komme schon irgendwie nach, kommt nicht wieder zurück, weil so eine Chance kriegt ihr nie wieder. Und dann, Sie wissen wahrscheinlich von Politik her und so, wie schwierig diese ganzen Situationen hat. Naja, und so war das auch. Und dann durch diesen, ich glaube, der Begriff hier Familienzusammenführung oder sowas, kam ich dann ein Jahr als Staatenlose nach Deutschland. Das heißt, du hast ein Jahr dort alleine gelebt praktisch. Mein 16-Jähriger ist man ja selbstständig. Ja, mit meiner Großmutter und die kam dann ein Jahr nach mir auch nach Deutschland. Okay, das ist sozusagen der logistische Teil der Veranstaltung. Da hast du jemanden, der für dich kocht und ein bisschen aufpasst und so weiter. Nein, ich musste mehr auf Sie aufpassen, weil Sie war so in Sorge, dass dem Buben nichts passiert oder so. Okay, aber wie oft wacht man da morgens mit pochendem Herzen auf und fragt sich, klappt die Nummer, die ich mir da überlegt habe, werde ich meine Eltern jemals wiedersehen? Ja, schon sehr oft, weil es gab auch einen Zeitfaktor. Also ich durfte nicht 18 Jahre alt werden, sonst mein Ausreiseantrag als Minderjähriger wäre verfallen. Und dann, bis der Neue genehmigt wird und was auch immer, dann muss ich zur Bundeswehr, dann darf ich das Land sieben Jahre lang wegen Militärgeheimnisse. Ich habe immer gesagt, damit keiner weiß, dass sie nur mit Flinden schießen oder sowas, darf man das Land nicht verlassen. Okay, sieben Jahre, ja? Ja, ja, das war damals so eine Sperrfrist. Das heißt, Donald Trump darf jetzt, weil er Geheimnisse verraten hat, sieben Jahre nicht aus dem Weißen Haus raus. Das wäre quasi die Analogie. Das wäre nicht schlecht, das wäre nicht schlecht. Aber aus dem Keller. Unter Hausarrest. Unter Hausarrest. Und wie gesagt, das war schon ein bisschen Bammel. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Dann hat es funktioniert. Dann hat es funktioniert, ja. Und wenn man sich mal, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber um es mal klarzumachen, auch welches Leistungsprinzip da im Hause Kretu da so herrschte, stimmt es, dass du nach Frankfurt gekommen bist und deine Mutter sagte, morgen hast du deine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule? Das ist wirklich wahr. Ich war natürlich noch total verschlafen, Abschiedsfeier mit all meinen Freunden und so weiter, die Nacht durchgemacht. Ich komme da hin und denke, jetzt kann ich mal ein bisschen ausschlafen und so mich mal umschauen, wo bin ich denn überhaupt in einem neuen Land, neue Welt. Und meine Mutter sagte gleich, nee, sonst verlierst du ein Semester. Also ich habe dich schon angemeldet, nächsten Morgen Aufnahmeprüfung. Hinzu muss ich sagen, ich hatte schon zwei Jahre davor die Aufnahmeprüfung in München gemacht, als ich meinen Großvater besuchte, der in der Nähe von Traunstein lebte. Und da habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden. Und die war nach wie vor gültig, zwei Jahre später. Und das war mir nur so eine Sache, wo die Leute einfach nur sehen wollten, wie gut ich Deutsch rede. Ich weiß es nicht mehr. Die waren sehr, sehr nett. Und nach einer halben Stunde ist alles klar, gut, du kannst übermorgen beginnen. Und weil wir gerade über Mittelmaß gesprochen haben, stimmt es, dass du dich sehr schnell gelangweilt hast, weil du da eigentlich nichts mehr lernen konntest? Ja, wie man so weiß, früher im Ostblock, also es gab zwei Sektionen, auf die der Ostblock sehr stolz war und die auch sehr promotet hat. Das waren Sportler und Künstler. Und natürlich meine musikalische Ausbildung, die war außergewöhnlich gut gewesen. Und das kennt man auch von russischen Musikern und so. Und viele Sachen, die hier an der Hochschule für Musik in Frankfurt kamen, die hatte ich wirklich schon Jahre davor in Rumänien gelernt. Und dadurch war es ein bisschen langweilig. Aber es gab auch viele Sachen, die ich nicht kannte, wie Zwölftonmusik und so. Da waren die Rumänen schon sehr schüchtern, was das begriffen. Wahnsinn. Und ja, es war eine wunderschöne Zeit und ich hatte einen wunderbaren Professor, den Professor Mola, der gecheckt hat, dass mein Herz wirklich für Popmusik schlägt. Und er wollte mich auch bei Laune halten, damit ich mein Studium schön mit der Klassik fertig mache. Und hat mir immer versucht, Jobs zu verschaffen, die soll was arrangieren für den hessischen Rundfunk, fürs Orchester und solche Sachen. Und ich fand das wirklich großartig, dass alle meine Professoren an der Musikhochschule Frankfurt, die haben mein Spleen mit Popmusik und so weiter wirklich unterstützt. Aber normalerweise sind die Klassiker schon sehr so, und das ist ja so, umusig, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und sie haben sich immer über mich gefreut und auch meine ersten Erfolge, die ich hatte noch während meiner Studie. Und war dann der erste richtige Job als Studiumusiker der Job bei Frank Faria? Das war nicht der erste, aber kurze Zeit danach, also ich habe begonnen in einem Studio und ich war einfach neugierig. Und das war eines der größten Studios in Deutschland damals, das Europasoundstudio. Und mich hat auch die ganze Technik interessiert, wie wird man Toningenieur, was passiert da mit dem roten Knopf und dies und jenes. Naja, und es war mein zweites Zuhause. Ich war immer nach dem Studium, bin ich dann nach Offenbach gefahren und habe bis tief in der Nacht da gesessen im Studio und habe geschaut, was die Leute so machen. Naja, und eines Tages hieß es, du kannst du nicht einmal einspringen im Studio 2, irgendwie Keyboard Frank Faria und so weiter. Der Keyboarder hat Grippe, der kann nicht kommen, du kannst das doch, du bist doch ausgebildet, der Pianist. Gut, und so habe ich den Frank Faria kennengelernt und das war Rivers of Babylon, wo wir drauf gespielt haben und Brown Girl in the Ring. Das heißt, du hast die Arrangements, die Geige... Nicht die Arrangements, nein, ich habe Keyboards gespielt, also praktisch als Arrangeur. Entschuldigung, als Musiker, als Keyboarder. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Frank Faria, da waren wir uns gleich irgendwie sympathisch und da sagt er, ach, weißt du was, die B-Seite, die Brown Girl in the Ring, die haben mir gesagt, du hast Klassik studiert, also mit Geigen und so kennst du dich auch. Da sage ich, ja, ja, schon klar, ich bin Streicher. Da sagt er, kannst du nicht mal schnell was arrangieren, ich muss übermorgen nach München Streich aufnehmen für Brown Girl in the Ring. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ein Streicharrangement gemacht. Natürlich wollte ich mein Bestes tun und habe es natürlich zugekleistert mit Streichern, das ganze Arrangement. Und da kam der Frank natürlich bippernd, weil es war der erste richtig seriöse Auftrag. Kam zurück und schreit mir das an und sagte, du hast mir aber eine ungarische Sinfonie da geschrieben. Aber er sagte, aber macht hier nichts draus, ich habe 90% weggelassen und das klingt super. Das finde ich das schöne Gesichter. Das ist ja super. Brown Girl in the Ring und Rivers of Babylon. Das waren nur die Keyboards. Das heißt, wenn wir die Keyboards, die Streicher bei Rivers of Babylon in Zukunft... Nein, die Streicher bei Brown Girl in the Ring. Okay, und bei Rivers of Babylon dieses Klavier. Und danach, wie gesagt, habe ich vielen sehr viel, auch Mary's Boyd, die ganzen Sachen ab. Da wurde ich seinen Standard sozusagen Keyboard, also der meistbevorzugte. Wahnsinn. Und wann ging es dann los mit dem ersten eigenen Ding? Ja, schon während dieser Zeit, also eigentlich, ich kam in diesem Studio, weil ich mir von meinen Eltern Geld geliehen hatte und wollte meine erste Platte produzieren. Und so kam ich überhaupt zu diesem Studio. Und dadurch, weil ich da ein bisschen mal den Studiobesitzer sehr sympathisch fand und der mich auch. Und so begann praktisch meine Studiomusikerkarriere. Und dann, mein erster Schallplattenvertrag war, ich glaube, 1978 oder 1977, den Vertrag unterschrieben, bei der Deutschen Grammophon noch. Und meine erste Platte war, glaube ich, 1978, ja. Das war welche, war das ein Erfolg? Das war, ja und nein, also für einen Studenten, der einfach jeden Cent zählen muss, damit er sich endlich mal den Traum eines eigenen Synthesizers erfüllen kann, war jedes Geld sehr willkommen. Und ich glaube, Wild River hieß das Lied und das wurde dann für irgendeine Werbung praktisch eingekauft. Und dann, Demis Russo fand das Lied auch sehr gut, hat es auch aufgenommen auf seinem Album. Und natürlich, aber wie gesagt, und das war der gleiche, das gleiche Prozedere über Jahre. Jeden Cent, den ich verdient habe, gleich zum Musikalienhändler, den Synthesizer gekauft oder die Orgel oder dann das kleine Mischpult und so weiter und so fort. Also ich habe über Jahre alles investiert, nur in Equipment. Das hat ja damals auch alles, das macht man sich heute nicht mehr klar, man hat die Geld gekostet. Heute brauchst du ein Keyboard und eine tolle Software. Ich werde es nicht vergessen, weil mein erster großer Erfolg als Produzent war mit Peter Cornelius, du entschuldige, ich kenne dir auch meine erste große Schatzlatte. Oh, ein großes Lied. Und da kam, ich bin relativ gut in Zahlen, also ich kann mich noch erinnern, glaube ich, die Abrechnung kam irgendwas über 35.000 DM. Und ich habe gesagt, super, weil ich wollte mir damals ein Lexikon-Hallgerät kaufen und der kostete 34.500 DM. Und sofort das, aber es war sehr wichtig für meine Arbeit, sofort das Ding gekauft und da blieben noch 700 Euro übrig. Was hast du mit den 700 gemacht? Wahrscheinlich bin ich essen gegangen. Aber nicht von allen 700 auf einmal. Ja, weil du ja jemand bist, der sehr, sehr wenig Zeit hatte überhaupt, dir einmal mal Geld auszugeben. Wann kam die erste Million, mal direkt gefragt? Mit Maria Magdalena. Was war das für ein Gefühl, als plötzlich so viel Geld auf dem Konto war, dass man weiß, okay, jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr, beziehungsweise zweimal am Tag machen? Ja, bei den Preisen vom Studioequipment, da musste ich schon noch ein paar Platten machen, damit was übrig war. Ja, ja, ja. Das ist ein fantastisches Gefühl natürlich, weil ich betrachte Geld als ein Autobus. Das bringt mich von A nach B etwas schneller. Aber es ist nichts, wo ich jetzt freue. Nein, nein. Es ist ein Transportmittel. Es ermöglicht viele Sachen und auch einige Träume zu verwirklichen und das finde ich das positiv am Geld. Aber wenn man jetzt da sitzt und spart und macht und tut und so und ein guter Freund von mir hat mir mal gesagt, das Geld, das du nicht ausgibst, hast du nie besessen. Das ist ein virtueller Wert auf deinem Bankauszug und da freut sich nur dein Banker darüber. Und deswegen diese Leute, die einfach, du kennst das Phänomen, es gibt so viele Leute, je reicher, desto geiziger. Und das verstehe ich gar nicht. Ja, ja, ich sage nicht, dass man leichtsinnig ist und dass man wirklich alles aus dem Fenster wirft, aber trotzdem, irgendwo, man soll auch wirklich was damit anfangen. Wobei, weil du das gerade sagst, Karl Lagerfeld sagte hier mal in der Sendung, man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Ja, das war die Ansicht von Herrn Lagerfeld. Na gut, da muss er einen guten Staubsauger gehabt haben. Er hat es auf jeden Fall, na gut. Ist ja das gleiche Ding, er hat auch die Dinge mit Leidenschaft. Er betrug sich wahrscheinlich mit, wie ich auch mein Geld investiert habe in Equipment und das ermöglicht mir eine bessere Arbeit und dann kommt es natürlich wieder zurück. Ist es was Besonderes oder anders gefragt, macht es die Arbeit schwieriger, wenn man dann mit seiner Lebensgefährtin plötzlich schreibt? Maria Magdalena, Sandra, war die damals schon ein Paar? Ja, ja, wir waren schon drei Jahre zusammen. Ah, okay, ist das schwierig oder einfacher, mit dem zu arbeiten, den man dann so gut kennt? Nein, also ich habe es nicht als schwierig empfunden, weil erstmal, man kennt die Person und sie war damals, als wir uns kennengelernt haben, war sie Sängerin, Liedsängerin der Gruppe Arabesque. Arabesque, genau. Und irgendwie, da war sie nicht so happy nach einem gewissen Zeitraum und da habe ich gesagt, ja, lass, ich probiere mal eine Solo-Platte mit dir zu machen, weil ich hatte ja mein Studio, hatte alles da. Und es ist einfacher, weil man den Menschen kennt und man kann es besser maßgeschneidert auf den Menschen machen, das Ganze, auch das ganze Konzept drumherum. Für einige ist es vielleicht schwierig, privat von beruflich zu trennen, aber das habe ich versucht, relativ klar zu definieren, was was ist. Und das hat, wie gesagt, lange Zeit... Hat in Ansätzen funktioniert, würde ich mal sagen. Wie warnt ihr dann jemand zusammen, ne? Ja, 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 und waren 26 Jahre zusammen. Genau, habt zwei Kinder, ne? Ja, zwei Jungs. Sander war auch mal hier, tolles Gespräch auch damals mit ihr. Und dann kam dieses Riesending, Enigma, das sogar in den USA, und das schaffen wirklich nur wenige, 200 Wochen in den Billboard-Charts war? Fast 300 war es. Fast 300 Wochen? Die haben ja damals gesagt, also nach Dark Side of the Moon von Pink Floyd, ist es die Elbe mit der längsten Überlebensdauer in der Top 100 in Amerika. Das heißt, auf der anderen Seite ein riesiger Volk, auf der einen, und auf der anderen Seite ein riesen Ärger mit der katholischen Kirche, ja? Nein, das war nur ganz am Anfang, wie wir vorhin geredet haben, man kann es nie allen Riechen machen, und da findet immer irgendeiner irgendwas, wo es ein Riesending ist. Okay, der hat doch am Ende selber singen müssen, damit sie auch ein paar Platten verkaufen. Es gibt eine Platte mit Reutila, der das nachahmt, so ein bisschen mit Gregorianischen. Das hat ja auch dazu geführt, dass gregorianische Gesänge plötzlich, also auch ... Die waren ausverkauft, nachdem sie die Platte und ich weiß es ... Das war plötzlich wahnsinnig hip, und die Menschen gingen in Kirchen und hörten plötzlich alte Choräle, für die sich vorher kein Mensch interessiert hatte. Ich weiß, mir haben damals große Schallplattenhändler gesagt, sagen sie, du, wir hatten diese Dinger, die hatten ein Zentimeter Staub irgendwo im Regal, und nachdem deine Platte ein Hit ist, auf Hammer, sind sie alle weg. Und junge Leute kaufen das, das heißt, ich finde, ich habe nur was Gutes gemacht, also durch diese ganz strange Mischung habe ich eine wunderschöne Musik jungen Publikum zugänglich gemacht. Absolut. Oder auch, wir waren in Los Angeles und hatten ein Interview, und da kam irgendwie der Priester da und sagte, ah, ich habe gehört, Sie sind der und der, der dieses Lied so und so gemacht hat, sag ich, ja, ja. Sagt er, danke, danke, danke. Sag ich, wieso? Sagt er, seitdem die Nummer ein Hit ist, habe ich dreimal mehr junge Leute jeden Sonntag in der Kirche. Oh, super. Super. Jetzt gerade das achte Album, im November ist das rausgekommen. Ja. Was bedeutet dir das, Michael? Ich meine, ich weiß, dass du jemand bist, der im Grunde ganze Nächte und viele, viele Stunden durchgearbeitet hat, gibt diese herrliche Geschichte. Habe ich irgendwo in der Biografie gefunden, dass du irgendwann sehr viel Geld verdient hattest und so wenig ausgegeben hattest, weil du nicht mal zum Sockenkaufen rauskommst, dass dein Steuerberater sagt, jetzt kauft dir mal ein ordentliches Auto, weil das glaubt uns das Finanzamt nicht, wenn das hier so weitergeht. Ja, das wirklich war, und das war dieses Jahr, wo ich auf einmal drei Hits hatte, gleichzeitig, wo die Special Call des Orteins haben wir gesehen, Maria Magdalena und noch mal ein unsäglicher Samurai, aber keine Elpis dahinter. Also, und da musst du drei Elpis auf einmal machen, und das war, ich glaube, so viel habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet in diesem Jahr. Parallel in zwei Studios hin und her, und wie gesagt, ich kam zu nichts. Also gerade, dass ich noch ein bisschen was zu essen gekaufen konnte oder abends mal schnell essen gegangen bin. Und dann entsteht so etwas wirklich, und ich war vollkommen vom Kopf gestoßen, habe gesagt, wo ist das ein Problem? Ja, das ist ein Problem, weil die Verhältnismäßigkeit zwischen Einnahme und Ausgaben, die ist so dramatisch, der glaubt das kein Mensch. Sag ich, ja, aber du weißt das, weil ich habe mich gedust, mir meine Steuerberater sagt, du weißt, ich sitze den ganzen Tag im Studio. Sagt er, ja, ich weiß es, aber die anderen nicht. Und du hast dir dann ein Auto gekauft, einen Mercedes 190? Ja, irgend so was, den habe ich umbauen lassen, das war so ein Bettmobil im Endeffekt, aber von außen ganz, nee, von außen hast du nichts erkannt. Was hat dieses Auto am Ende gekostet? Boah, ich weiß es nicht mehr, viel, aber viel mehr als der normale Mercedes 190, ja. Dann hast du mal Geld ausgegeben, kurz vor Weihnachten. Ja, ja, und der Steuerberater war zufrieden. Das ist in Deutschland immer wichtig, dass der Steuerberater am Ende zufrieden ist. Und auch Herr Schäuble. Ich danke euch ganz herzlich, das war eine tolle Runde, hat wirklich Spaß gemacht. Michael Kretow war heute unser Gast, danke dir sehr. Wir danken uns sehr herzlich bei Hannes Jellicke, dem man...